Was kann die eigentlich stecken? Ich kann ein Kabel einstecken! So, letzte Nummer, danke fürs Kommen und ich hoffe wir sehen uns da drüben. Ich lass euch ihr zu lassen und ich frage mit ihr. Singen! Weil ich dich ganz schön schön Martins sist zu haben. jetzt schon in mir ich dich auch sagen to, ich will wahrscheinlich verletzen jetzt auch... Oma, ose, nein, ose, nein, ose, nein, ose, nein Probleme? Nein. Also spüren die Pazardas schnell. Okay. Danke fürs Klammen, das ist unser letztes Lied und dieses letzte Lied ist für dich. Hör zu! Hier im All-Star-Delt I was drunk and ready to And I went up with my friends, no one who was a bitch like you She can steal my fuck and we can't hold my blood I woke up and she said I didn't stand as young I don't know Oh, yeah, yeah, you gotta go Just another one night stand Let me hear my right Just another one night stand Well, four and three and two Oh, what a nice I said to myself that this will never happen again But next time I'm haunted door Before she can't leave anymore So it's not the only one Who's gonna stand and I was married I woke up and was in love Cause she jumped out of the window I, 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 I don't know Oh, yeah, yeah, you gotta go Just another one night stand Let me hear my right Just another one night stand Well, four and three and two Oh, what a nice Das war 10 Jahre Geburtstagsfeier von unserem Wunderschöner Album, The Stryker! So, wir haben es vorher kurz erwähnt, aber vielleicht haben Sie einige nicht verstanden, dass man es visuell quasi nochmal zeigen muss. Wir, das sind die vier Leute, die hier gerade auf der Bühne stehen, befinden uns nach diesem Song hier drüben. Zusätzlich zu uns stellt sich eine Bellnaam ins Killerpilze, weiß niemand am Advice da schon, hier sind sie! Applaus für die Killerpilze! And if you like it, then you should've put a ring on it, if you like it, then you should've put a ring on it, footpost, that always you sit and air on it, if you like it, then you should've put a ring. ... Ihr seht quê? ... ... ... Damit mir dem Markus eine Gefallen tun... Müsst ihr jetzt alle dabei sein für der größten Entertaining-Aktion ever. Und die geht so. Markus möchte von euch hören. Wuh, 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 wuh. Wuh, 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 wuh. Das war das Humanitarian-Pilze. Und die würden jetzt gern beim letzten Lied eine Stage-Streifen. Das heißt, einen davon und alle die Arme davon. Dass du eine Killer-Pilze auf Stage-Streifen wie sie schon zu alten, zu blöden sind. Alle Hände, alle Hände, alle Hände, alle Hände. Das sind Deutsche, bitte nützen dir nicht weh. Achtung, Achtung, meine letzten Worte des heutigen Abends. Geht dir One Night. Ja, da. Das ist es, es ist es, es ist es. Das ist es, es ist es, es ist es.